Oh, Weihnachtest! Guck mal! Haben wir hier auch Musik? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Was ist das denn? Nee, hör auf, das sieht man sich nicht! Oh, Triebs! Ist das ein Champolin? Nee, das ist ein Ditter Ja, Alter, sind wir hier bei Weihnachtsmann und Koga G? Boah, würd ich feiern! Wär voll geil! Ich hab dir einen langen Brief geschrieben dass dich alle Kinder lieben und ich und du liebst mich! Das war wunderschön, Curry Das war so schön, ich hab gar nicht gemerkt wie die Zeit vergeht, ich muss los Der muss wieder sterben! Grantelbart! Das war ein richtig deutscher Name Grantelbart Grantelbart! Heißt der im Englischen eigentlich auch so? Gruntelbeard Im Englischen heißt er Im Englischen heißt er Gwentelbeard Gretelbeard Grantelbeard Robert möchte mit mir auch Zug fahren Nein! Hier ist ein Schneemann Hier läuft Last Christmas, Alter! Man kann einen Schneemann erschießen Hier läuft's ohne Scheiß Last Christmas! Boah, die MCA kommt, Alter! Das ist nicht so gut Last Christmas! I gave you my art! Grün! Rot! Sag mal! Warte! Ich will mal fix kacki machen Oder so Daro! Sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Wo bin ich denn? Hier! Lass mich! Ja, ja, ja Sehr gut Du bist immer noch hier, Akmala! Hau ab jetzt! Ich spreng dich hier raus! Raus aus meinem Zimmer! Oh mein Gott! Oh Gott! Ich fühl's! Ich fühle Last Christmas! Es ist mein Last Christmas! Für immer! Curry Was ist denn jetzt hier los? Curry ist einfach runtergesprungen Curry hat China gemacht Der ist mit dem Radio zusammen Das Team hat er sich geopfert Sehr gut Leute, wenn man Last Christmas hört Ist halt vorbei, ne? Da kannst du halt nichts machen Dankeschön erstmal Jukitchen für 22 Monate Dankeschön für die anonymen Sagen Schweinewurst und Geschenke Abgratnippen Und Killer Crossboy Dankeschön Killer Crossboy Das stimmt Killer Crossboy Dankeschön für 19 Euro Donation nochmal Sorry, dass das mit den LLs ein bisschen gedauert hat Aber wir sind im Tunnel hier, Chat Und bei Last Christmas Da muss man einfach aufgeben Ich kann's nicht ändern Es tut mir leid Das kam von oben ausm Haus Du Kanalysation Jaja Kanalysation Und wenn du durch die Kanalysation gehst Und dann kommst du durch das Achtung Ich schieße Ich schrecken Ist doch im echten Leben auch so Wenn man Last Christmas hört Ist es vorbei Weiß man nicht Da ist ja ein Schneemann Haben die den Kopf abgeschossen? Geh weg, Mel Warum bist du denn Geh weg, Mel Ich bin hier Ja, da Aua Warum tust du das? Hina hat geschubst Nein, hab ich nicht Die ist selbst runtergesprungen Hä? Sie hat so, so Äh, achso Boah Hina hat sich selbst geschubst Yippie Äh Ey Kaiser Aua 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 Wollen wir einen Schneemann bauen? Guck mal Das ist die Strafel für den Ich hab den Schneemann reingeschossen Den Kopf hab ich schon abgeschossen Wer hat auf ihn Leute, das haben wir gesehen, ne? Haben wir gesehen, oder? Haha Gruselbeard, Alter Gruselbeard Das ist ja noch geiler Wer ist eigentlich das nicht, Sas? Wer ist das? Nein, aber ich bin doch Mel kommt jetzt schon zu dritten Und fragt, ob ich hier drin bin Haha Nein, ich hab gesagt, oh, da ist Kaiser Fucking Gruselbeard Okay, okay Mel Streuner hier ist wieder mega, mega Detektiv Wo bist du? Wahnsinn Bin ich hier unten im Haus Okay, warte Gruselbeard Hier bin ich Oder ist das Daro, der sich gerade an Wo bist du? Mel Ich bin jetzt in dem Haus Ich hab, äh Ich bin jetzt hier unten Hier in der Mitte Was ist denn hier unten? Hier in der Mitte bei dem roten Haus Hier Okay Also folgendes Achmala hat gerade auf einen Platz geschossen Ah, ja? Halt, 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 warum hast du auf mich geschossen gerade? Na, find ich sie doch einfach und guck nach Alter Sie war es nicht? Dankeschön Hä, wer war das denn das? Aua, aua Ah Hä, was war das denn jetzt, Alter? Hä Was, 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 was ist passiert? Hä? Was hat Mel denn jetzt gemacht? Wieso habt ihr Mel abgeballert? Hab ich nicht Hab Mel abgeballert Ja, aber warum? In China war es Ich weiß es nicht Hä, Junge, spielt doch mal DDD, Alter, was ist mit euch? Achmala war, glaub ich, wieder gemutet Zumindest hat sie nicht mit uns geredet Achmala! Ach, so ne Scheiße Ach, so ne Scheiße Moin 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 Höri? China spielt einmal CUSA Ja bitte Hast du diesmal das tolle Ding gesehen, was ich gekauft hab? Ja Ja, was hast du damit gemacht? Nix Das kann ja auch gar nix Warum kaufst du die nur Scheiße? Warum spielst du den Boden? Ja, also ich hab Last Christmas gehört, da musste ich einfach Das ging einfach nicht anders Oh, ich spiel diese, das nicht So Leute, jetzt Aber du musst auf Jingle Bats Ruck Jetzt, jetzt spiel man richtig Ja, das ist da bei den Häusern, bei den Häusern da, am Strand Nicht beim Leuchtturm direkt, sondern an den Häusern Der englische Titel wisst Unbehag in mir aus So Kaiser, enttäusch mich bitte jetzt nicht, ja? Also du bist jetzt hier Ich bin Gruselbeard, Junge Gruselbeard Gruselbeard heißt der, Junge Geil, Alter Gruselbeard heißt der auf Englisch Kaiser? Ey, wer hat hier geworfen? Ich bin dein Vater Nein, ich darf nicht Lass mich da durch! Weg da, Streuner Wollste Kann man hier eigentlich auch mit dem Boot irgendwo hinfahren? Das wäre voll geil Ey, ich hab doch nur ne Pfaffe gesucht, Mann, ey Hau kaum auf mich Leute! Leute, ihr lasst den Kopf vom Schneemann in Ruhe, okay? Warum? Du Wichser! Ich hab gesagt, lass ihn in Ruhe! So Du kannst doch nicht einfach Curry Aber das war ne Pfingte! Hä? Hä? Das ist einfach so ein Chaos Ja, Hina hat einfach Curry umgebracht Ja, weil Curry einfach Kaiser getötet hat Ich hab doch gesagt, lass den Schneemann in Ruhe! Ja! Du weißt genau, dass ich das nicht kann, wenn du das sagst Egal! Ich wollte dich testen Oh, ich hab einen Wack in der Map gefunden, Leute Wie hast du das denn gemacht? Guck mal! Alles wegen dem Schneeband So, Leute, wir haben jetzt noch vier schöne Runden Komm! Es reicht Hina, spiel mal vernünftig jetzt Ja, Mann, Hina Hör mal auf, Leute, um hinten zu filmen Also, ein Kaiser, ne? Das war ein Hühnchen Das war ein Hühnchen Sag mal schön deinen Mund Das war ein Hühnchen Ich hab heute noch keine Wände in den Mund gebracht Also, ich kann dir ein paar Videos zukommen Guten Abend an alle, die dazugekommen sind Hallüchen Dragon Herzlich Willkommen, seien Sie gegrüßt Seien Sie eigentlich so Keine Ahnung Seine Menschen müssen einfach Druck unter sich Wer schreit, Hina oder was? Hina ist laut, ne? Nein, 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 nein Hina? Hina? Ja? Guck mal, ich hab ein Secret gefunden Wenn du hier drauf springst Plateauschuhe Guck mal Guck mal Was? Guck mal nach oben Hä? Gau Gau Spring mal auf den Stein, wo ich drauf gesprungen bin Das ist Achso, du bist jetzt auch da? Ja, wir sind alle da Hallo Und wie kommen wir jetzt runter? Äh Wer laut ist, hat meistens recht, Jack Duck dich mal Ja? Und, bist du unten? Nein Peri Ja, bitte? Kann mich auch nicht gut Kann ich dein Mensch sein? Nee, 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 nee Ich will gar keine Menschen haben Guck mal, die fangen schon wieder an, da Scheiße zu bauen Ich halte mich hier raus Als Taro ist schon mal wieder unten Ich bin oben auf dem Turm Ja, ich bin Also da muss schon mal runtergefallen Achso, da ist er Ja Jetzt weiß ich auch, von wo sie runtergefallen sind Warte Wie genau kommt ihr da raus? Hey, töte mich nicht Hey, was macht ihr denn da? Hey Was passiert denn da? Reuner, tötet die alle Warum fliegt Hina? Hina fliegt Hina fliegt Ja, aber Reuner schießt die da runter, das ist ein Sterben Nein, das war eben gerade Mel Und ich hab dann auf Mel geschossen Kannst du mal bitte da runter kommen? Ich hab Musik dabei Ja, so doch nicht Hey, hier sind Bananen Auch Kaiser Ich will's nicht, ich steh neben dir Ja, auch Kaiser Curry, ich, hier Dreh dich um Lass mich Musik hören Ja, hier Ich will gar nix Ich bitte nicht wegen dir, hier bin ich Ja, wo hast du die Bananen her? Hab ich nicht Streuner Ja Okay, Streuner ist auch noch da Ruhig, bleibt alle ruhig jetzt Bleibt hier alle ruhig Freuner hat Hina getötet Weg da von der Leiche Streuner, weg von der Leiche, es reicht mir Weg von der Leiche Ich geh doch weg Ich bin mir ziemlich sicher, dass Streuner es ist Können wir ihn einfach erschießen? Nein Können wir nicht Ich hab Hina gefunden, die ist tot Ja, und wovon? Dir, du hast die da runter geschossen Achmala wurde erschossen Achmala wurde erschossen Achmala wurde erschossen Achmala wurde erschossen Auch Darum wurde erschossen Darum wurde auch erschossen Darum wurde von Mel erschossen, das hab ich gesagt Ich will, ich will den erschießen Curry Nein China wurde auch erschossen Nein, du erschießt den jetzt nicht Wenn du den erschießt, bist du weg vom Fenster, Junge Nee, dann haben wir ja gewonnen Das ist die Runde zu Ende Ja, du bist Du laberst Scheiße Ja, ich schieße ja Hä, Streuner, ist das jetzt dein Ernst, Alter? Ja Wirklich? Ja Alle hüpfen da nur rum Und dann Also das finde ich jetzt echt traurig von dir, sag ich dir ehrlich Ich weiß Das musst du selber wissen Nein! Entschuldigung Das ist so low Da kommst du mit nem fucking Zug, ist das dein fucking Ernst? Ey, du bist heute so low Du bist so low So low So low So low Ihr tötet euch da alle gegenseitig, ich hab nur Mel erschossen Was macht ihr da die ganze Zeit? Wie soll man einfach so mit euch arbeiten? Warum bin ich denn nicht drüber, die euch getötet? Ich hab keinen erschossen Ich hab nen Bug in der Map gefunden, den wollte ich einfach mal zeigen Ja, dann hüpfen alle rein wie die Ameisen, Alter, wie die Demingel Es kann doch wohl nicht wahr sein Curry, du hast mich auf dem Gewissen Du hast gesagt, du verteidigst mich Ja, wohl Alter, das ist doch 50-50 Sache Wenn du sagst, du möchtest Streuner die ganze Zeit abschießen Ich wusste doch nicht Ich wusste es doch nicht Ja, aber hättest du mich doch machen lassen können Ja, aber ich wusste doch nicht, ob du Traitor bist, dann wär ich mit dir alleine gewesen, hätt ich Angst gehabt Ich hör hier nur nie, nie, nie Punkt, Punkt Mel Mel, du hast noch gar nichts beigetragen hier heute, also leg mal los, ja? Ich kann nicht Doch, du kannst Du willst einfach nur Doch, hab ich wohl Du musst es wollen Mel Du möchtest jetzt, dass Mel es will Streuner, Streuner ist Detektiv, ich raste aus Ich werd hier einfach Ich schmerb mich jetzt wacher Bist du Traitor? Nein Spiel doch mal vernünftig jetzt Streuner Bist du doch? Dann geh ich Mach jetzt was vernünftiges Wenn ich gleich mit dem Jackpack wieder rumfliegen sehe Wollen wir dann Bist du meine Versicherung? Nein, kein Jackpack Bist du meine Versicherung? Ich bin deine Versicherung Boah Streuner, da hab ich dein Mensch rein Ich schieß auf den Boden So Streuner, ich bin dein Mensch, okay? Was hast du denn jetzt? Hast du jetzt schon wieder was gekauft? Wenn du mir das rumfällst? Guck doch erstmal Dann Bin ich tot Was ist denn ein PHD-Flopper? Das kannst du auch lesen Flopper weiß ich was das ist, Junge Nein, du bist nicht tot Ich beschütz dich Geil Hier mit dem Ding Boah Läufst du die ganze Zeit wie so in irgendein Kreis vor dem Leuchtturm Schreuner Damit kein Headkack Und so Ja, was? Kannst du mal jemanden fertig machen? Gina, schieß mal mit der Diegel bitte Danke vielmals Akmala schieß mal so viel Akmala Meinersbaum geköpft Akmala, du bist mutet Akmala ist wieder gemutet Was macht mich denn die ganze Zeit? Akmala ist tu Akmala Akmala Und da schießt jemand, da schießt jemand Wo ist sie denn eigentlich sogar? Schreuner Wie lange guckst du eigentlich in diesem Shop? Was jetzt? Lauf! Lauf! Lauf schnell weg Wer war das? Gina, wo bist du? Meine Versicherung Ey, wenn du ist gestorben Wenn das Streuner jetzt gewesen ist Nein, ich bin runtergefallen Ich glaube, es war falsch Du hast nicht die Tepalowski-Gang gekauft, oder? Das ist Kaiser, oder? Nein Kaiser kauft die immer Streuner Doch, Kaiser, wo bist du eigentlich? Streuner Ich seh dich, das reicht nicht Streuner Ja Streuner Ich bin bei Streuner Ich seh auch Curry oben auf dem Turm Warte mal ganz kurz Streuner, hast du dir das Geld gekauft gerade? Sag mal ehrlich jetzt Ja Hat er Junge, ey, ist das eine Scheiße? Mach's nicht dein Ernst Der kriegt die ganze Zeit Detektiv Allein dafür müsste man ihn abschießen Ohne Spaß Der kauft sich ne Tepalowski-Gun, Alter Das kann's doch nicht sein Das kann's doch nicht sein Wer ist hier? Wer bist du? Streuner, sag mir bitte, was du dir dabei denkst Hi Hallo Also denkst du dir überhaupt irgendwas beim Detektiv-Sein oder was ist hier Sache? Ruhig, aber es gibt nur Scheiße zu kaufen Ach hör doch aus, du kannst ne goldene Digge kaufen, die wär geil Ja und? Ja du kannst dir mal einen Du kannst ja auch den Tepalowski-Gun kaufen Nein! Eben nicht China, wo bist du? Bei einem Leichtum Ich auch Ich bin unten beim Leichtum jetzt Ja, hinter dir Die sollen mir so gehen, weil's irgendwie was reichen Reißen Ich hab irgendwas gestorben Aua Also hier sind Flutspuren Hier ist die Kanalisation übrigens Kanalisation Es wird gleich wieder so losgehen wie die ganze Zeit Es wird irgendeiner umfallen und dann geht's wieder von vorne los Dann schießen die alle weg Ja Nein Doch, doch Genau so passiert das die ganze Zeit, weil ihr einfach Trigger-Happy seid Ja, hier geht's ja noch viel weiter Ich wär so komisch grundaggressiv Oh nein Kaiser, hör auf Ich hab den Headshot Äh, Streuner, ich möchte Kaiser erschießen Warum? Ich möchte... Ihr seid alle so Trigger-Happy Nee, ihr seid so Trigger-Happy Nee, ihr seid so Trigger-Happy Das geht nicht Ey, Kaiser schießt auf mich Ja, du willst mich erschießen, aber Der erschießt mich einfach Der erschießt mich einfach Ja, dann geh Bist du tot, oder was? Ich hab 32 HP, willst du mich verarschen? Detektiv Ich will mir den Kopf schießen Geh mir die Mikrowelle, Detektiv Aber geht ja nicht, weil er sich die TRIBALOSKI-Pak gekauft hat Oh Gott Guck mal, das wär der Moment gewesen, Streuner Das wär er gewesen Ja, und der macht doch auch seinen Club auf Abschищigen Bopa Jo komm mal ne? Ja? Ja? Ja dann Gönn doch den Drop Was ist denn mit dir? Smash reicht der ganze Zeit hinter Darwin, ja? Jaa, weil ich Daru ein bisschenädtisch bin Das hast du sehr eruiertes gesagt. Ich kann Meldshaven, wir waren zusammen in der Kanalisation. Das heißt doch gar nichts. Rast dir hier noch aus. Ist doch okay. Ich kann Meldshaven, wir waren in der Kanalisation spazieren. Nein, Mann, hör mir doch mal zu, du Gag. Okay, sorry, du hast recht. Komm, die raten den Wohl mal auch her. Warte mal. Warum hören wir die Musik hier? Wir hätten uns da töten können. Warum hören wir die Musik hier? Das ist nicht gut. Giba, Gibalos. Gibalos? Ich glaube, Daro ist es. Ich glaube, Daro ist es. Streuder, hier können wir. Daro war es. Daro ist safe. Daro ist 100%. Ich bin unschuldig. Hallo, Freunde. Er stand ganz kurz. Er stand oben an diesem Feld. Wo es passiert ist, Streuder ist tot, oder? Nee, Streuder ist der am Leben. Ja, ja, wahrscheinlich. Und der ist der Einzige, der weggerannt wird. Hä? Ich bin weggeschossen. Ich habe Daro gekillt. Ich habe es doch gesagt. Vor allem bei Akmala. Ich habe gesagt, Daro ist es. Ich bin weggeschossen. Der kommt mit der Eisenbahn auf einen Meter ran und drückt ab. Akmala, das kommt davon, wenn du dich aufhörst. Ich habe den noch nicht mal gesehen. Er stand hinter mir, oder? Ich war mir nämlich nicht sicher. Ich bin hinter ihm längs gelaufen. Und es sah so aus, als wäre er im Traitor-Shop gewesen. Hoffentlich werde ich meine Detektive. Du bist halt... Du bist halt... Wie viel HP hattest du noch? 16. Ich wollte doch noch mal Detektive hin. Er schieße ich den einfach. Ich habe ganz so... Wie unfair ist denn das, wenn der Detektive direkt zum Traitor überwandt wird? Wie war das Sprecher? Wie war Cristiano Ronaldos Liebling? Sui. Sui. Orangen wegen Vitamin C. Boah, Junge, Alter. Was zum Teil? Das ist umsymbol. Also, jetzt sind wir ganz tief gesungen. Ja. Sie weiß voll beim Lachen, Junge. Oh, Detektive. Alter, ich dachte gerade... Warum wird die ganze Zeit Daro und streuen nach Detektive, Mann? Das kann doch nicht sein. Ich weiß das nicht. Ja, weil Trainer darf nicht werden, weil er grün nicht immer. Ich weiß auch nicht, was mit Hina ist. Ich habe keine Ahnung. Wie der Hut von Dings, Alter. Sehr schön habt ihr das gemacht. Was ist denn eigentlich mit dir heute los? Was soll mit mir sein? Wer ist denn da oben? Gehen wir da mal hin. Ich glaube, du bist heute böse jetzt in der Runde, oder? Nein. Guck mal, ja, das höre ich aber an der Stimme. Doch, doch. Ich glaube, Mel hat einen ganz komischen Move heute in dieser Runde. Denkt an meine Worte. Nina, ich würde mit Mel nicht noch mal in die Kanalisation gehen. Nee, nee, danke. Mel, was sagst du zu diesen Eindruck? Akmala, 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 schieß mit der Petone, schieß damit, bis der Petone, danke, danke, danke. Akmala, bist du Traitor? Ja. Nein. Bist du dir sicher, dass du nicht Traitor bist? Ja. Nein. Daro. Mel, siehst du, habt ihr gesehen, Mel wieder eingegriffen, ne? Ja. Kaiser? Hallo, Akmala. Bist du Traitor? Ich muss euch gerade... Nein. Was haben wir hier? Daro, ich vertraue dir jetzt, ne? Wirklich, du musst jetzt das rausreißen für die Innozenz hier. Komm, Junge, komm. Push dich. Push dich. Streuner. Ja. Und schon wieder. Mel, from hell. Da wurde gerade geschossen. Nee, 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 wer war's? Streuner. Tina. Nein. Wer hat gerade geschossen? Ja, aber... Nee, nee, irgendwer... Silenced. Ja, hier. Achso. Ah. Die sind da wieder komplett zusammen auf der Tanzfläche. Ja, ihr müsst mir vor allem mehr Infos liefern. Ja, bisher gibt's keine Infos. Ich hab zu einmal... Es fliegen hier ein paar Möwen. Guck mal, Streuner ist die ganze Zeit Traitor. Die ganze Zeit. Kann man die Möwen abschließen? Echt? Ja gut, die Bluten zumindest. Leute, vergesst die Möwen. Vergesst die Möwen. Ja, ich schieße auf die Möwen. Achso, ich brauchst die Möwen. Aber chill. Warte, 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 warte. Zug, Zug. Junge, immer der Zug. Alle zwei Sekunden kommt dem verschissener Zug rausgeschissen, Alter. Wir haben so viele Waffen. Mel stand da gerade nach oben. Es kann eigentlich nur Hina sein. Es ist Hina. Ja, mach. Ist noch am Haus. Am Amma Haus. Ist noch am Haus. Seid ihr sicher? Ja, 100%. Mel ist tot. Ina? Ina ist es. Nee, alles gut. Oh, Jogge. Oh, Mann, ey. Das sind Piranhas. Lonely and depressed. Tina Lein, was will Hollywood or kill themselves? Was? Wurde der Traitor gerade von Piranhas gefressen? Ja. Hä, wo sind denn Piranhas? Oder das war... Ihr dürft nicht ins Wasser. Ihr dürft nicht ins Wasser. Ah, okay. Ich hasste das nicht. Alles gut, sagst du. Wird geknabbert, ey. Jogge, das kannst du echt nicht ausdenken, Alter. Was ist das hier? Kein und rund mit einem Hafs ist hier im Piranha im Mund. Ey! So ein Chip. Ihr sagt jetzt, ne? So ein Yushi war ich so, Alter. Aber, Leute. Hina beim nächsten Mal ein bisschen kreativer werden hier, ne? Das stimmt. Knabber Spaß mit Hina. Ich noch einmal einen Zug heute hier sehe. Außer von Streuna. Hina ist einfach der Erdnuckel. Lass meinen Dickdarm in Ruhe. Ja, echt. Lass ihren Dickdarm in Ruhe. Ding. Was? Knüftige Hina-Fischfutterflocken. Ich bin wieder ein Detective. Alter, das kann doch nicht sein. Jetzt mal ganz ehrlich. Was sollen wir denn die ganze Zeit hier machen? Wir können nur zugucken. Komplett broke. Was denn? Daro? Ja. Das ist unfair. Daro, ich bin dein Mensch. Ich bin dein Mensch jetzt. Ich bin dein Mensch. Hallo, ich bleib bei dir. Okay, okay, okay. Was soll ich tun für dich? Du kriegst die Golden Eagle. Geil, Alter. Das ist es. Das wollte ich haben. Aua. Gön. Hier hat er geschossen. Hier hat er geschossen. Das geschossen Leib von Daro ist ja so widergeschossen. Freuna, er macht wenigstens was. Mel ist es. Ja, sag ich ja. Wieso ich? Mel ist es. Weil er da wieder geschossen. Das stinkt sogar hier unten drauf. Du hast doch mich geschossen. Jetzt kann ich ja. Ja, schieß ja. Und die hatten wir aber schon. Was ist das für eine Lache? Die macht mir Angst. Was war das denn, Alter? Was ist das für eine Lache? Was ist das für eine Lache? Jüsst noch nicht. Bis zum Vessel. Ja! Bis zum nächsten Mal.